Wir haben heute ein bisschen Konkurrenz, einerseits vom Wetter, andererseits vom Museumsopferfest und drittens von der großen Unteilbar-Demo in Dresden, wo ganz, ganz viele Aktivistinnen und Aktivisten, die sich auch in dieser Frage der Nachbarschaft mit Refugees engagieren, heute hingefahren sind, was auch wichtig ist. Und da wir jetzt so eine kleine Runde sind, haben wir uns überlegt, wir machen das jetzt also wirklich als ein nettes Gespräch, wo wir uns austauschen. Wir haben, also die Aufgabe, die mir als Moderatorin heute Abend gestellt wurde, ist, dass wir die verschiedenen Menschen, die hier auf dem Podium sitzen, die ich auch gleich vorstelle, darauf hinterfragen oder fragen, was aus ihren Erfahrungen und aus ihren politischen Praxen an die Kommune in Frankfurt herangetragen werden kann. Sodass die Frage von Geflüchteten zu Nachbarn auch einerseits von der Bevölkerung, aber andererseits eben auch von der Stadtregierung beantwortet werden kann und auch die eine oder andere Sonntagsrede, die wir von Politikern ja auch oft hören, dann mal mit Inhalten gefüllt werden muss. Das ist also unsere Aufgabe heute. Und da wollen wir versuchen, jetzt ein paar Gedanken zusammenzutragen. Wir haben heute schon den ganzen Tag die Veranstaltung gehabt. Es gab zwei verschiedene Workshops, sodass wir jetzt auch ein bisschen das Problem haben, dass einige von Ihnen ja schon in den Workshops waren und einen Teil der Diskussion mitbekommen haben. Die Diskussion in den Workshops war allerdings so, dass es eher wirklich um einen Austausch der Lebenserfahrung, der Praxen gab. Heute Abend wollen wir es zuspitzen auf, was können wir den Kommunen mit auf den Weg geben, also dieser Kommune hier in Frankfurt, also dieser Kommune Frankfurt. So, ich finde das erstmal toll, das muss ich schon mal sagen, dass es der Veranstalterin gelungen ist oder dass sie es gleich mitgedacht hat, diese Veranstaltung eben nicht nur auf den deutschsprachigen europäischen Raum zu begrenzen, sondern wirklich ein Crossover in Europa darstellt, aus den verschiedenen Ländern. Und deshalb werde ich Ihnen jetzt mal die Personen, die hier oben auf dem Podium sitzen, alle vorstellen. Links von mir Frau Dr. Nages Iskandari-Grünberg. Viele von Ihnen werden Sie kennen. Sie ist im Römer Mitglied des Magistrats, des ehrenamtlichen Magistrats und war von 2008 bis 16 Dezernentin für Integration. Also vor allem während des Sommers der Flucht, sag ich mal 2015, hat er sehr, sehr engagierte Arbeit gemacht hier in Frankfurt. Sie leitet jetzt im Rahmen des DRK die Beratungsstelle für Migrantinnen. Sie hat über viele Jahre zunächst auch das Amt für Multikulturelle Angelegenheit geleitet und die Integrationspolitik in Frankfurt, ich glaube man kann schon sagen, eine der nationalsten Städte Europa mitbestimmt. Ganz außen sitzt Tatjana Tadic, sie kommt aus Zagreb. Frau Tadic ist eine kroatische Aktivistin und maßgeblich tätig in dem NGO-Netzwerk Are You Serious? Und sie bieten Hilfe und Unterstützung für Geflüchtete, die entweder Kroatien durchqueren oder dort freiwillig oder unfreiwillig irgendwie gestrandet sind und geblieben sind bisher. Vor allem solche, die in Serbien an der kroatischen Grenze unter ganz schweren Bedingungen in Lagern leben und nicht über die Grenze gelassen werden und zum Teil sehr schlimmen Ausbeutungen ausgesetzt sind. Ganz außen Frau Alessia Muscas aus Italien. Sie vertritt Rekosol in Sardinien und ist Sozialdezernentin der Stadt Villa Nofavoro im Südwesten der Insel Sardinien. Die Rekosol ist im Kontext der Solidarisierung mit Mimo Lucano entstanden, dem von Salvini abgesetzten und mit Prozessen überzogenen Bürgermeister von Riace in Kalabrien, der ein europaweit beachtetes und berühmtes Integrationsmodell für Geflüchtete aus Afrika in seiner Stadt entwickelt hat. Und jetzt von Salvini dafür verfolgt unsere Rechenschaft gezogen werden. Aus dieser Solidarität ist dieses Netzwerk entstanden. Wir werden sehen, wie das ausgeht. So, dann haben wir den einzigen Mann an meiner Seite. Omar Al-Rawi kommt aus Österreich von der SPÖ dort. Er ist Abgeordneter im Landtag und im Gemeinderat der Stadt Wien und unter anderem im Ausschuss für europäische und internationale Angelegenheiten. Er ist in Bagdad geboren, aber seit 88 österreichischer Staatsbürger, Betriebsratsvorsitzender der Strabag. Die kennen wir mittlerweile alle auch oder viele von uns. Wien ist einerseits der Endpunkt der Balkanroute im Sommer 2015 und eine der europäischen Metropolen mit der längsten Immigrations- und Integrationsgeschichte der Zuwanderung aus fremdsprachigen Ländern. Bis heute in manchen Aspekten, so empfinden wir das jedenfalls, vorbildlich in der Frage der Daseinsvorsorge. Wir können vielleicht auch darüber sprechen, ob das noch so stimmt. Allerdings auch, und dieses Dilemma teilen wir im Moment den Kampf mit dem Rechtsruck in Österreich und den damit verbundenen Konsequenzen und Problemen. Dominik Pauli kennt bestimmt jede und jeder hier. Sie ist die Vorsitzende der Fraktion Die Linke im Römer seit 2014. Außerdem verantwortlich für die Ressorts Bildung und Integration sowie Soziales und Gesundheit. Sie kämpft im Römer vor allem für ein Boardinghaus für Wanderarbeiter. Damit haben wir ganz, ganz große Probleme hier. Menschen, die angeworben werden und nicht mal bezahlt werden. Für Arbeitssuchende insbesondere aus Osteuropa. Und ja, sie will einfach dafür sorgen, dass diese improvisierten Favelas, die wir hier in Frankfurt haben, in ein ordentliches Haus eingegliedert werden. So, last but not least, eine Besucherin aus Thüringen. Ich muss meinen Zettel suchen. Nee, ich habe keine Rückseiten gemacht. Ja. Michaele Sojka aus Thüringen, die jetzt heftig im Wahlkampf unterwegs ist wahrscheinlich auch. Aber wer heute hierher gekommen ist, nach Frankfurt. Sie war Landrätin des Kreises Altenburger Land und ist jetzt Mitglied des Kreistages für die Partei Die Linke sowie des Stadtrats von Altenburg. Sie hat den Sommer der Flucht 2015 als verantwortliche Landrätin in Thüringen erlebt und die Aufnahme von Geflüchteten in ihrem Bereich trotz großer Widerstände sehr menschlich gestaltet und hat deshalb sehr, sehr viel Erfahrung in der Frage von Integration. Wir werden dann darüber sprechen, mit welchen Konzepten erfolgreich in den neuen Bundesländern die Aufnahme von den Geflüchteten gelungen ist und welche Fragen oder welche Strukturen oder welche Antworten man auch aus dieser Erfahrung einer Großstadt geben kann. Ich heiße Sie alle sehr, sehr herzlich willkommen, dass Sie den weiten Weg auf sich genommen haben. So, wie ich vorher angekündigt habe, werde ich versuchen, die Fragen ein bisschen zuzuspitzen auf die Stadt Frankfurt und wir werden hier eine Runde machen und wir werden uns auch untereinander unterhalten, weil wir ja auch nicht in den gleichen Workshops waren und wir werden dann auch Sie natürlich mit einbeziehen, wenn Sie Fragen und Nachfragen haben und ich würde mal sagen, so in einer Stunde anderthalb entlassen wir Sie dann ins Museumsufer fest und in das schöne Wetter. Ja, die erste Frage geht an Sie, Michel Zeuker. Gibt es Erkenntnisse aus der realen Praxis, aus dem ländlichen Bereich und aus dem östlichen Bereich, die sich einfach auf so eine Kommune wie Frankfurt übertragen lassen? Es ist ja so, es gibt ja nicht nur in den neuen Bundesländern große Skepsis, was Geflüchteten angeht. Diese Skepsis gibt es auch hier in der Bevölkerung. Wir haben zwar ein sehr tolerantes Frankfurt, würde ich jetzt mal behaupten, aber trotzdem gibt es diese Skepsis hier auch. Sonst hätten wir auch nicht so viele AfD-Wähler. Also die Frage, gibt es etwas, was wir hier mitnehmen können aus deiner Erfahrung? Ja, die Frage ist sicherlich nicht einfach zu beantworten, weil ich Frankfurt nicht gut genug kenne, um das zu sagen. Aber ich komme aus der neungrößten Thüringer Stadt mit 30.000 Einwohnern, so groß ist Altenburg und im Landkreis, der 120.000 Einwohner hat. Und da kennt im Prinzip tatsächlich jeder jeden. Und was uns damals geholfen hat und was sicherlich übertragenswert wäre, ist, dass man Entscheidungswege sehr kurz und Kommunikationswege sehr prägnant halten kann. Das hat sich zu der damaligen Zeit, als wir also überhaupt nicht vorbereitet waren und auch nicht werden konnten und überhaupt uns nicht denken konnten, was da auf uns zukommt, war das sozusagen das Überleben, dass man auf Netzwerke, auf ehrenamtliche Initiativen zurückgreifen konnte. Es gab damals in meinem Amt mit 630 Mitarbeitern keinen Hauptamtlichen, der für Migration zuständig war, sondern das Fachamt für Bürgerangelegenheiten hatte eine Chefin, die war gewissermaßen ehrenamtliche Migrationsbeauftragte und schnell wurde klar, dass das nicht zu leisten ist. Noch dazu von der Behörde im Landtatsamt, die ja eigentlich nur für die ankommenden Flüchtlinge zur Unterbringung zuständig ist und die Integrationsleistung dann die Kommunen hätten erbringen müssen, die natürlich dann noch weniger vorbereitet waren. Und deswegen bin ich sehr froh, dass es auf Antrag der Linken gelungen ist, diese Stelle hauptamtlich im Kreis zu verankern, die konnte dann Ende 2015 besetzt werden und meine damalige Migrationsbeauftragte, die habe ich heute sogar mit, die hat sozusagen dann die Schnittstellen bearbeitet, zwischen dem, was Verwaltung leisten muss im übertragenen Wirkungskreis und dem, was die ehrenamtlichen Netzwerke alles sozusagen vollbracht haben. Und da sie mir direkt unterstellt war, war ich immer ganz nah dran. Ich konnte sozusagen gucken, was der hauptamtliche Teil meiner Verwaltung in der Ordnungsbehörde macht und wo man da nachjustieren muss. Und das Ziel von mir persönlich war es damals in einer Stadt, die über 10.000 leerstehende Wohnungen hatte, natürlich die Unterbringung so zu gestalten, dass sie möglichst menschlich ist und eben keine Zeltstätte aufgebaut werden müssen, keine Brackendörfer und auch keine Turnhallen geschlossen werden mussten. Und trotzdem war die Unterstützung der Bürgermeister anfangs, eigentlich bis zum Schluss, sehr verhalten, weil sie immer gesagt haben, das ist Sache des Landkreises. Also die Chance zu sehen, die darin liegt und das mit mir gemeinsam zu machen, ist damals schwer gelungen und da beneide ich euch tatsächlich, was ich jetzt schon gehört habe in den Workshops, um das, was sie da leisten konnten und was sicherlich auch der Wert der Arbeit in Frankfurt ist und deswegen maße ich mir nicht an, da noch kluge Ratschlüsse zu geben. Wobei ich sagen muss, das war ja dann schon aber auch eine Erleichterung, dass sie überhaupt Wohnungen hattet, die man an die Geflüchteten geben kann. Das ist ja was, was in Frankfurt der absolute schreckliche Engpass ist. Ja, aber das hat dann natürlich, das haben wir auch schon in den Workshops miteinander besprochen, die Schwierigkeit, dass die Wohnungen natürlich verschlossen sind und die Flüchtlinge ja noch gar nicht quasi angekommen waren und demzufolge auch gar nicht wussten, wo sie Hilfe holen konnten. Also das dann sozusagen so zu organisieren, dass man trotzdem einen Zugang hat, dass man Bürgerzentren dann geöffnet findet, dass Frauen Teilhabe haben können an dem, was in der Stadt passiert. Das zu organisieren, war dadurch nicht einfacher. Okay, verstehe. Meine nächste Frage wäre an Alessia. Also ich will mal so sagen, Griechenland und Italien haben ja die Hauptverantwortung für die europäischen Flüchtlinge übernommen und damit auch die Hauptlast zu tragen. Und trotzdem ist es so, dass es in Italien, aber auch in Griechenland, es immer wieder Kommunen gibt, wie zum Beispiel die Kommune Reasse, die sich bereit erklärt und Solidarität aufbringt für die Geflüchteten. Und jetzt wäre meine Frage, worauf baut diese Solidarität in Italien für die Flüchtlinge? Ob der trotzdem schwierigen Zustände? Wohl wissend, dass sie die Hauptverantwortung haben und wie kommt es, dass sich die Kommunen davon freigemacht haben? Wohlwissend financialnenden ... Wohlwiss. Wohlwissend. Wohlwissend. Na oberen JO thundertschlagge Boardef Mrdans oder sehr. Und jetzt war kommen, was in frontend ist, in der Gesellschaft alles war? Ja, es ist eigentlich so schön und rosig. Es ist eine politische Situation sehr kritische und die Leute, die die Migration auch helfen wollen. Es ist auch sehr schwierig mit der Bevölkerung etwas gemeinsam, auch in diesem kleinen Dorf, zu realisieren. Aber wir sind auch in der Gemeinde. Sie ist die Bürdermeister, sie ist auch Referentin für Migration. Und die machen alles, was sie können. Ja, wir kooperieren auch mit den zwei Aufnahmen. Die Genossenschaft, das sind auf der Genossenschaftsbasis auch organisiert. Die zwei, die da die Flüchtlinge aufnehmen, die kooperieren mit diesen Genossenschaften und versuchen da auch etwas zu realisieren. Zum Beispiel diesen solidarischen Garten, wo die jungen Leute auch einen Beruf lernen, auch den Boden zu pflanzen und was zu pflanzen. Und das ist auch für die Bevölkerung dort auch wichtig, dass sie das sehen. Ja, es ist das. Vielen Dank. aus ihrer Erfahrung als kleines Dorf war es auch sehr schwierig, etwas zu realisieren mit der Bevölkerung. Und sie hat sich nicht auf die allgemeine politische Situation bezogen, weil sie spricht von seiner Realität, aber das ist auch innerhalb. Es ist immer schwieriger, weil der Rahmen auch nicht mehr stimmt. Sie könnten auch, vielleicht, ich mache ein bisschen mehr, ich übersetze jetzt nicht, aber ich sage noch etwas dazu. Sie können nicht mehr realisieren, was in Riaché war. Das heißt, dass die Leute auch in den Häusern gewohnt haben, dass sie auch dort etwas entwickelt haben, anwerkliche Arbeit, künstlerische Arbeit, und die haben dort das Dorf belebt. Und es ist nicht möglich, dass es nicht mehr zu realisieren, dass es ein Statofattor Riaché ist. Das heißt, die Strukturen, die geschaffen wurden in Riaché, die sind ein Stück kaputt gegangen. Ja, sowieso. Das ist schade, aber es wächst. Es wird ein Stück für ein Wort über Riaché. Es wächst wieder. Es gibt hier Aufnung. Es gibt jetzt auch diese neue Stiftung, die da gegründet ist. Und es war der Wind. Es war der Wind, der vor 20 Jahren die Flüchtlinien in Riaché gebracht hat. Und diese Stiftung ist entstanden. Und die bietet jetzt zur Möglichkeit, dass sie noch 20, 30 Personen, die machen wieder auch Aktivitäten dort. Und das ist auch eine Aufnung. Aber es ist ganz langsam und nur mit privaten Mitteln. Okay. Gut, dass in dieser politischen Situation in Italien nichts zu erwarten ist. Ich glaube, das kann man sehr gut nachvollziehen. Ja, das haben wir gemerkt. Okay. Dann würde ich jetzt mal rübergehen zu Tatjana. Tatjana arbeitet für Are You Serious? Und ich glaube, das ist eine der schwierigsten Aufgaben, Geflüchtete zu betreuen, von denen man weiß oder die nicht wissen, können sie bleiben, müssen sie gehen und was machen sie? Von diesen Geflüchteten haben wir in Frankfurt auch sehr viele. Unsere Asylanträge dauern ewig. Sie sind schlecht ausgeführt. Es gibt viele Klagen dagegen. Das heißt, auch bei uns sitzen viele Geflüchtete zwischen den Stühlen. Das heißt, ich halte das übrigens für die schwierigste Aufgabe, mit Geflüchteten zu arbeiten. Und was ist genau das die Herausforderung und wie geht ihr mit dieser Herausforderung um? Vielen Dank. Vielen Dank. So, the challenges are multiple. First of all, I think the most important thing to mention is the political climate in which we work. Because here, I feel that at least on a political level, you have people who are pro-migration, who, you know, want to help refugees, who have an actual plan on how to do it. But in Croatia, we have a right-wing government, which is making our work very difficult and at times very dangerous. Because there is a concentrated effort to delegitimize our work in the public. And this is related to our advocacy work regarding pushbacks and so on. But for example, you have maybe an article in the media and, you know, they spin something and the next day our offices are vandalized. And we receive death threats. So we are constantly, you know, on guard. But how do we try to help these people? I'm sorry, maybe... Brauchen wir eine Übersetzung? Okay, dann nach der ersten Übersetzung. Ja, genau. Also, sie sagte, dass es nicht nur eine große Herausforderung ist, sondern dass diese Herausforderung sich in ganz viele Herausforderungen einteilt. Die erste davon wäre die politische Herausforderung, vor allem über das politische Klima, was herrscht. Sie hat das mit hier in Deutschland verglichen. Hier gibt es ganz viele pro-migrantische Stimmungen, aber in Kroatien hat man das eigentlich gar nicht. Dort hat man eine rechtsgesinnte Regierung, die fast schon aktiv versucht, die Arbeit, die sie mit Are You Serious versucht zu tun, zu manipulieren und ihre Arbeit zu erschweren. Und diese, sehr viel hat das auch mit den Medien zu tun, dass man an einem Tag in den Medien etwas Schlechtes über Migranten hört und dann am nächsten Tag ihr Büro vandalisiert wird. Und dort muss sie eigentlich sehr viel gegen diese Stimmung arbeiten. So, and how we try to help these people. We have, first of all, we were founded as a volunteer civic organization, which is just a collection of citizens who needed to react to what was developing, what was happening in our country. And then, when we went out of survival mode, when we, you know, when we saw, okay, so we have people here, we need to figure out ways to help them. And, first we started working in the reception center, and what we saw in the reception center, we were not happy. Because we had people who were not considered as people, by the workers in the reception center, and they are, it's just like, they were completely denied of their autonomy. They were just, you know, passive recipients of aid. So that's why we opened our own integration center, where people can come, where we created a space for meaningful interaction between refugees themselves. Because a lot of people forget that refugees and migrants are also strangers to themselves, so they can interact between themselves, with us, with people, citizens who come to donate things and, yeah, sorry. Also, genau. Die Art, wie sie versucht zu helfen, war dann ganz viel mit Ehrenamtlichen. Anfänglich haben sich auch viele Leute den Aufnahmecentern angeschlossen und wollten dort aktiv helfen und haben auch gemerkt, dass sie helfen müssen. Und dann war es fast schon ein Überlebensmodus. Man hat versucht, den Menschen einfach nur das Leben zu ermöglichen. Und ihre Beobachtung in diesen Aufnahmezentren war, dass die geflüchteten Menschen, die dort ankommen, gar nicht viel mehr bekommen als einfach nur die Hilfe, die sie zum Überleben brauchen, aber nicht wirklich zum Leben. Diese Menschen haben ihre Autonomität verloren, sie haben die Entscheidung über ihren eigenen Körper verloren. Also hat sie sich und andere, die bei Iris Houston arbeiten, dazu entschlossen, ein Integrationscenter zu öffnen, in dem es vielmehr darum geht, den Menschen in erster Linie natürlich menschliche Lebensumstände zu ermöglichen, aber dann auch eine Art Begegnung hervorzurufen, Begegnung zwischen den geflüchteten Menschen, die dort sind, zwischen den Bürgern, die in der Stadt auch sind und auch migrantischen Bürgern, die schon vorher dort waren. Und was sie erwähnt hat, was ganz wichtig wäre, wäre, dass auch die migrantischen Menschen, die schon da waren, die migrantischen Menschen, die vorher da waren und die geflüchteten Menschen sich einander gar nicht kennen. Und hier ist es sehr wichtig, dass eine Art Begegnung zustande kommt. Okay, so, the situation for all refugees, I'm speaking so generally, because the situation for all refugees in Croatia is very uncertain. We have, you know, people who have been waiting in the reception center for years, and mind you, Croatia has granted under 800 international protections in 13 years, since 2006 to 2019, so this number is not high. So people come to us, and they start, organically, they started volunteering in our reception center, because they said, I need to get out of my head. They need to get out of the enforced routine of the reception center, when they are told, when to eat, when to come, when to sleep, when to do anything. So this is a place where we can exist as equals, at least on a symbolical level, where they're not, you know, they're not just victims, where we can have fights, when they're, in a way, they can continue at least a part of their life, as it was, you know, before. Ja, eigentlich erstaunlich, danke. Oh, Bund, Versetzung. Ach so, ja, ja, wollte ich gerade noch. Genau, sie spricht sehr generell, sehr allgemein auch über die Geflüchteten in Kroatien, weil der Status vieler Geflüchteten in Kroatien einfach genau dieser ist, dass sie gar nicht wissen, was mit ihnen geschieht, wie auch vorhin in der Frage eigentlich erwähnt. Die Geflüchteten kommen an und warten sehr, sehr, sehr lange. Und sehr wenigen wird auch einen Aufenthalt überhaupt erst genehmigt oder überhaupt eine Antwort erst gegeben. Und in diesem Center hatte Tayana erwähnt, dass sich das fast schon ganz natürlich bildet, dass sich die Beziehung zwischen den Geflüchteten und den Menschen, die schon dort leben oder dort arbeiten, fast schon natürlich bildet. Und die Geflüchteten auch schon anfangen mitzuarbeiten, mitzuorganisieren, mitzuhelfen. Und dass ihnen dort nicht mehr gesagt wird, wann sie aufstehen sollen, wann sie schlafen gehen sollen und wann sie essen dürfen, sondern dass sie sich dort auch selbst organisieren dürfen. Und die Beteiligung ist dann sehr, sehr viel höher. Dankeschön. Also irgendwie muss ich sagen, es klingt für mich, ich weiß nicht, ob du das teilst, schon ein bisschen auch an die, also so viel besser war das in unseren Erstaufnahmelagern, glaube ich, auch nicht, als die Geflüchteten 2015 gekommen sind. Da wussten wir, also die wurden auch nicht wie, die Würde des Menschen ist unantastbar umgegangen, sondern das war auch teilweise eine Massenabfertigung und das ist jetzt, viele sind zu von diesen Erstaufnahmen und es gibt jetzt einen Anfang der Integration, aber zu ganz unbekannt, glaube ich, ist uns diese Situation auch nicht hier. Oma aus Berlin, aus Wien, das kann man sagen, Wien, Metropole, Frankfurt Metropole, gibt es da, kann man da Vergleiche ziehen, kann man da jetzt eher mal sagen, wir haben das so gemacht, das ist bei uns gut gelaufen, da haben wir noch Lücken. Also ich glaube mal, die Frage von der Daseinsvorsorge, die in Wien so gelöst ist, wie sie gelöst ist, also zum Beispiel mit euren Wohnungsbauprogrammen, die ihr schon über Jahrzehnte fahrt, glaube ich, habt ihr einen Vorsprung gegenüber uns, kann man das so sagen? Ja, der Vergleich Wien und Frankfurt ist ein bisschen vielleicht in dem Sinn gegeben, dass Wien eine internationale Stadt ist und dort die ONU und die OPEC und alle möglichen internationalen Organisationen angesiedelt ist, Frankfurt vielleicht mit dem EZB und hat auch vielleicht einen internationalen Touch, aber die Dimension ist natürlich eine größere und auch die Kompetenz ist eine andere. Wien hat 1,9 Millionen Einwohnerinnen, Einwohner, ist eine wachsende Stadt seit Jahren, wir wachsen, also irgendwann mal bei der Monarchie waren wir bei 2 Millionen, dann sind wir auf 1,2 Millionen runtergeschrumpft und jetzt sind wir im Wachsen und werden bald 2 Millionen sein und hatten aber auch wahrscheinlich historisch mehr als Frankfurt schon sehr viele politische Krisen zu bewältigen. Wir hatten die Ungarn-Krise 1956, Prager Fröhling 1968, in Polen der Bootstand, Zusammenbruch der Kommunismus, die Bosnien-Krise, über 115.000 sind gekommen über Wien, den Kosovo-Krieg hatten wir gehabt, Tschetschenien-Krieg und jetzt eben diese letzte Welle, wo eine Million Menschen Österreich überquert haben und 100.000 sind in Österreich geblieben und 20.000, 22.000 in Wien. Also die Stadt besteht aus zwei Drittel Menschen mit Migrationshintergrund, über 60 Prozent haben die österreichische Staatsbürgerschaft. Es ist eine Stadt, die sehr ambivalent ist, sehr offen, international, aber der Wiener ist ein Raunzer, der zwar immer sehr hilfsbereit ist, aber über alles jammert und alles hoch verfindet, obwohl er in der Stadt mit der besten Lebensqualität lebt und die besten Daseinsvorsorge hat, aber es ist halt so. Jetzt ist, glaube ich, sehr wichtig und der Vorteil, den wir gegenüber Frankfurt haben, dass wir nicht nur eine Stadt sind, sondern auch ein Land. Wir sind ein Bundesland, wir sind wie Berlin und Bremen, das heißt, wir werden gewählt in einem Wahlgang und sind Landtagsabgeordnete und Gemeinderäte, das heißt Legislative und Exekutive, haben dadurch natürlich viel mehr Einfluss in der Zweiten Kammer des Parlaments, können dort etwas bewirken. Wir können die Sozialgesetzgebung selber beschließen, wir haben viel mehr Hoheit eben im Wohnbauprogramm, aber auch in der Bildung, in der Gesundheitspolitik und so weiter. Sehr wichtig, glaube ich, dass diese Kommunen, die ja das irgendwie brauchen wir ein bisschen, also da gibt es ja immer das Praktische, was machen wir schnell, wie lösen wir das, wie lösen wir, dass Menschen kommen und keiner auf der Straße übernachtet, wie schaffen wir, dass alle ein Dach über den Kopf, wie bringen wir alle in die Schule, wie bringen wir alle ihre Gesundheitsversorgung und wie schaffen wir, ihnen finanziell zu unterstützen. Aber diese grundsätzliche Diskussion, wie schaffen wir generell eine Änderung, ich glaube, eine der großen Dinge, die immer sehr schwer kommunizierbar ist und das müssen wir auch einmal den Wählern und Wählern zu sagen, es gibt manchmal Dinge, die fallen uns auf den Kopf, obwohl wir dafür nichts können. Das ist wie auch bei einer Naturkatastrophe. Wir haben nichts dafür können, dass Lehman & Brothers zusammengebrochen ist und dieser Turbo-Kapitalismus, aber wir mussten als eine Stadt und auch als Land darauf reagieren, dass Menschen nicht in die Armut fließen, dass keine Depression entsteht. Wir mussten dann Programme machen. Aber wir haben es nicht verursacht, aber wir müssen darauf reagieren, sonst nutzt es nichts. Und genauso, wir haben Gott sei Dank aus Österreich weder irgendein Kolonialismusprogramm noch haben wir irgendwelche militärische Truppen irgendwo in der Welt geschickt. Im Gegenteil, sogar beim Irak-Krieg haben wir es nicht erlaubt, dass die amerikanischen Truppen, die von Rammstein Richtung Irak geflogen sind, über Österreich geflogen sind. Die mussten dann, ich weiß nicht, über Kroatien oder wo einen Umweg machen. Das wird ihnen nicht gestört, aber wenigstens haben wir etwas geleistet. Und trotzdem ist diese Flüchtlingswelle aufgrund von Kriegen, aufgrund von Destabilisierungen usw. passiert. Und trotzdem müssen wir die Lösung finden. Das ist immer so schwer den Wählern zu sagen, urteilt es unserer Leistung, nachdem wir immer die Sache gemanagt haben und nicht daran, dass Menschen gekommen sind. Das ist, glaube ich, sehr wichtig. Und deswegen auch meine Idee, die ich auch oben heute gesagt habe, es ist, glaube ich, wirklich an der Zeit, generell viele Dinge durchbrechen, dass Städte anfangen, Lobbyismus auch im internationalen Bereich. Also ich glaube wirklich fest schon an City-Diplomacist, dass Städte sich miteinander vernetzen, Lösungen finden, dass wir anfangen, auch andere finanzielle Quellen anzuzapfen, weil wir haben das Problem, und das sage ich ganz ehrlich, wir haben eine Bundesregierung, die sich zum Ziel gesetzt hat, das Rote Wien zu zerstören. Also alle Gesetze, also wir haben zum Beispiel plötzlich ein Gesetz bekommen von der Bundesregierung, wir müssen Integrationsklassen machen. Wir dürfen die Kinder, die nicht gut Deutsch sprechen, nicht mit anderen in der gleichen Klasse unterrichten. Eine Lächerlichkeit, also von der Bildung, eine Blödheit, aber wir müssen aufgrund dieses Gesetzes, das hätte wir in Wien, ich weiß es nicht, wie viele 20 neue Schulen, neu bauen, damit wir diese Klassen, die Direktoren haben, dann nachdenken müssen, welchen Besenkammel ich in meinem Gebäude noch als Klasse deklarieren kann, wie kann ich das machen, um budgetiert diese Stadt zu vernichten. Ja, also da gibt es manchmal Beschlüsse, da wissen Sie, wenn Sie das beschließen, wir das kennen anderem Bundesland betreffen, aber Wien. Wir ändern die Gesetze der bedarfsorientierten Mindestsicherung, alle anderen Bundesländer, um die Migration Richtung Wien zu zwingen und dann nachher ändere ich dort und zwinge die Leute in die Armut. erlaube Leute mit subsidiären Schutz nicht mehr zu machen und das ist halt die Frage, wie, inwieweit können dann Kommunen, Länder und Städte gegen diese aggressive, gemeine Politik, die da gemacht wird, weil es trifft dann im Endeffekt diese Flüchtlinge, aber es trifft in der Möglichkeit Kommunen und ihre Strukturen und das ist auch einer unserer Probleme und wenn ich auch im Europäischen Internationalen Ausschuss sitze, es gibt auf europäischer Ebene so drei Säulen, der eine Säule ist das Europäische Parlament, der andere Säule ist die Kommission, der andere Säule ist das Ministerrat und die Regierungen. Die Kommunen, die Regionen, ich behaupte, dass zum Beispiel heute wahrscheinlich Wien viel mehr mit Bratislava zu tun hat als mit Vorarlberg, die wahrscheinlich mehr mit der Schweiz was zu tun haben und vielleicht hat Salzburg mit München mehr zu tun. Also wir müssen auch anfangen, Europa der Regionen, der großen Metropolitan-Bereich, warum soll nicht ein großer Flughafen zwischen Wien und Bratislava in der Mitte entstehen, der beide bedient, warum muss immer diese Insellösungen geben und aber diese Städte und diese Regionen, die am Endeffekt Beschlüsse im Europäischen Union entstehen, die uns betreffen. Einer der schlimmsten Beschlüsse, da hat die Stadt Wien und auch mit dem nützigen Bürgermeister Ludwig wirklich darauf reagiert, weil irgendein großer Immobilieninvestor in Holland einfach das kommunale Wohnbauprojekt in Wien angegriffen hat, gesagt, 61 Prozent der Menschen dort leben in geförderten Wohnbau und in Gemeindebau, das ist ja nicht notwendig, der Gemeindebau oder dieser Sozialwohnbau sondern nur armen Menschen zustehen, um Ghettos zu schaffen und wir, die Immobilienhaie, wir wollen dann das große Geld machen, indem wir dann einfach tolle Projekte machen und die verkaufen wir und es ist beinahe gelungen, in Europa so eine Art durch Lobbyisten entstandene Regelung, die dann zum Beispiel den kommunalen Wohnbau in Wien. Wie schaffen es Städte und Regionen, sich dagegen zu wehren und meine Forderung ist, dass wirklich eine vierte Säule meiner Meinung nach im europäischen Recht entstehen sollte, wo man diese Regionen, diese Städte und diese Kommunen ein Mitspracherecht, ein Mitgestaltungsrecht haben, das zu tun und ich glaube, das ist die Dinge, die jetzt Frankfurt mit Wien und so weiter wirklich machen, eine Allianz der Städte und da gibt es ja viele Netzwerke, Matrix und EuroCities und wie die alle heißen, auch die Städte, die sich zum Beispiel... Ja, es gibt ja im Moment eine ganz große Vernetzung. Also wir haben zum Beispiel jetzt ganz viele Städte, die sagen, wir gehören zu den Städten, die Refugees aufnehmen wollen. Zum Beispiel, ja. Die Solidarities, wir haben die Seebrücke-Netzwerke in allen großen Städten. Es gibt, die direkte Hilfe kommt aus den Kommunen, die kommt aus den Städten, die kommt nicht aus den Ländern und sie kommt weniger aus dem Bund. Und das habe ich jetzt... Und nur um das ganz kurz zu machen, deswegen haben wir zum Beispiel aus all diese Programme, die die Bundesregierung dann abgedreht hat, Deutschkurse, Integration und so weiter, haben wir dann ein Riesenprojekt in Wien, das COR, also C-O-R-E, gestartet, mit 80% Förderung durch die Europäische Union. 6 Millionen Euro sind dort geflossen und wir haben das dann gestemmt mit der Europäischen Union. Also hier wirklich nach Alternativen, nach Innovation suchen und wenn es mit der Bundesregierung nicht geht und man es irgendwelche Populisten nicht erlauben, dann soll man es tun und deswegen bin ich auch dafür, dass die Europäische Union auch wirklich klar deklariert. Am Anfang war immer die Diskussion, wer die Quote nicht einhält, der kriegt keine Förderung mehr. Man kann es wirklich positiver machen, wer etwas eben aufnimmt, den soll man vielleicht mal zugestimmt. Ja, das war ja auch der Vorschlag von Gesine Schwan, die gesagt hat, wir brauchen europäischen Fonds und in den Fonds müssen sehr viele Mittel rein und nur diejenigen Kommunen haben Zugriff auf diesen Fonds, die Geflüchtete aufnehmen wollen, ihre Infrastruktur dazu hergeben wollen oder sie erweitern wollen oder auch sehr innovativ und kreativ arbeiten wollen als Inklusion und die sollen daraus Geld geben. Es ist noch nicht so weit und hier neben mir sitzt Nages Grünberg-Eskandari und du sitzt ja sozusagen an den kommunalen Schaltstellen der Macht, nämlich im Magistrat und es gibt aber auch einen Oberbürgermeister, der gesagt hat, wir sind Seebrücke. Wie lässt sich das vereinbaren, dass noch so viel eigentlich an Strukturen zu machen, an Strukturen zu verbessert werden muss, wenn alle eigentlich oder sind es nicht alle, sich einig sind, dass es so viel zu tun gibt, um eine Gewährleistung, um eine Integration der Geflüchteten zu gewährleisten. Lass mich einen Schritt zurück, wie die Situation in Frankfurt ist, vielleicht diejenigen, die in Frankfurt und in Frankfurt sind, kennen das, aber dennoch wäre auch wichtig, nochmal von den Zahlen her. Seit 2015 haben wir ungefähr 7.300 Leute aufgenommen in der Stadt. Wir haben ungefähr 90 Unterkünfte mit einigen Hotels, die wir auch Menschen untergebracht haben. Das große Problem, was wir haben in Frankfurt, dass wir sehen, diejenigen, die anerkannt werden, überhaupt keine Wohnung finden in Frankfurt. Das heißt, die müssen länger noch in Hotels und Unterkünfte bleiben, ob sie Familie sind oder alleinstehende Männer. Jeder weiß, für jede Flüchtlinge, das habe ich vorhin auch im Panel gesagt, grundsätzlich für die Menschen, die hier geflüchtet sind, als Schutzsuchende, unwahrscheinlich schwierig ist, ganz lange Zeit in dieser Unterkünfte zu bleiben. Nicht rausgehen, zu dritt in einem Zimmer sein und eine Toilette aufteilen. Hat die Kollegin aus Kroatien gesagt, die Menschen, die auch untereinander sich fremd sind, ein Surer und ein Afghaner und ein Iraker, die sind alle drei sich auch fremd und können auch noch nicht mal eigene Sprache und manchmal in einem Zimmer untergebracht werden und das auch für längere Zeit. Das macht natürlich die Situation für die Menschen, die da sind, die auch sogar anerkannt sind, unheimlich schwierig. Die zweite schwierige Situation, wir haben unwahrscheinlich viele Menschen, die warten, warten und warten. Seit drei Jahren, seit vier Jahren, seit fünf Jahren. Dass das ihrer Offenhaltsstatus noch nicht entschieden ist. Beim ersten Mal ist abgelehnt, ich habe gerade jetzt vier Patienten bei mir in der Behandlung, dass sie jetzt schon seit 2015 warten, erste Anhörung ist abgelehnt, zweite Anhörung ist abgelehnt, Duldung wird verlängert, noch warten sie auf ihre quasi, auf den Halsstatus. Das macht sowohl psychisch, als Psychotherapeutin kann ich sagen, unwahrscheinlich was mit Menschen. Ich habe letzte Woche, wenn ihr gestartet, ich habe einen 72-jährigen Manga, der regelrecht mich angeschrien hat. Er hat gesagt, ich halte nicht mehr aus. Ich bin seit 2015 hier, seit vier Jahren sitze ich. Ich habe zwei Herzinfarkte hinter mir. Ich bin mit drei Männern in einem Zimmer, bitte sagen Sie, wie das weitergeht. Ich kann es nicht ertragen, wenn das so lange gewartet wird. Wir haben viele junge Männer, die warten, dass das noch nicht der Aufenthaltsstatus geklärt wird. Deswegen diese lange Warten macht das was mit Menschen, wo es so schwierig wird. Auf dritter Ebene, wir haben drei Klassen oder vier Klassen Sprachforderungen. Diejenige, die halt ihren Status geklärt ist, hat Anspruch auf Integrationskurse. Die anderen können Unterkünfte für begrenzter Sprachschule absolvieren. Die dritte Gruppe, wenn er eine Ausbildung machen will, muss mindestens eine B1 haben, aber das kann er nicht machen, wenn er seinen Aufenthalts nicht geklärt ist. Das heißt, wir als Kommune ganze Menge tun. Andererseits, wir sehen, dass unsere Hände sehr gebunden sind, wenn das wirklich, die Prozesse nicht zu Ende geführt werden. Natürlich als Kommune muss man Wohnungen bauen. Wir haben 45.000 Wohnungssuchende in Frankfurt, die Wohnungen suchen. Dann haben wir dazu die 7.300, fast 10.000 Menschen, die auch Wohnungen suchen. Das macht natürlich für uns die Situation für die Geflüchteten nicht so einfach. Was meine Forderung, weil du sagst ja, dass ich auch im Magistrat sitze, ich glaube, das ist ein Problem, ich weiß nicht, vielleicht eher Wiener oder bei euch einfacher ist, ist immer in der Regierung, auch Stadtregierung, ist gemeinsam eine Sache voranbringen. Häufig in der Politik haben wir Furstentümer, dass jeder sagt, das ist meins, das ist meins, das ist Bildung, das ist Soziales, das ist Arbeit, das ist Planung, das ist Wohnung. Und jeder macht seine Programme für sich alleine. Und wichtig wäre für mich, und das habe ich auch versucht in meiner Zeit als Integrationsdezernentin, dass wir wirklich Konzepte entwickeln, dass wir gemeinsam arbeiten. Einer kriegt Sprachforderungen, hat aber keine Ausbildung. Der andere will arbeiten, aber die Sprache nicht ausreichend ist und der dritte Ausländerbehörde schafft nicht, das dann auf den Halt zu verlängern, damit er einen Anspruch kriegt. Und das haben wir häufig bei uns in der Kommune, dass diesem Miteinander, ein Gesamtkonzept einfach fehlt, dass man sagt, ein Flüchtlinge, vielleicht mein Wunsch, meine Vision ist, jemand, der 2015 hier gekommen ist, in zehn Jahren mindestens die Sprache kann, mindestens den Arbeitsmarkt ist, vielleicht seine Familie nachgeholt hat, vielleicht fühlt sich das Frankfurterin oder Frankfurter, dieses zu sagen, das zu schaffen, jetzt ist fünf Jahre her, ich möchte keine Erhebung machen, wie geht die Situation von Menschen, die wir vor fünf Jahren aufgenommen haben? Wie sind sie wirklich in dieser Stadt angekommen? Und daher kann ich auf diesen drei Ebenen vielleicht runterbrechen. Einerseits, was wir als Stadt leisten, die Bilder von 2005 geht mir immer noch unter die Haut, wo wir am Bahnhof gestanden haben, die Situation war nicht einfach. Wir haben die Leute wirklich in den Turnhallen, Sporthallen, die Turnhallen waren fast jahrelang zu, weil wir immer noch keine Unterkunft hatten. Und wir haben Bürgerinnen, Bürger, Ehrenamtler, die alle mitgepackt hatten, alle wirklich, auch Menschen privat untergebracht hatten. Das war unheimlich ein schönes Bild, die wir halt wirklich abgegeben haben. Aber ich sage immer, bei Sonntagsreden, dann gibt es Montag, dann gibt es Dienstag, dann gibt es Mittwoch und dann gibt es Donnerstag und Freitag. Genauso gilt auch beim Thema Geflüchteten, dass wir schauen können, wie ging es dann weiter? Wo sind die Menschen nach fünf Jahren in dieser wunderbaren Stadt, wo die Hälfte Migranten sind? Wo sind sie jetzt? Und ich denke, auf diesen drei Ebenen muss wirklich miteinander agiert werden. Einerseits die Kommune, die zusammenarbeiten muss, Land und Bund macht uns wirklich die Sache nicht einfach. Durch wirklich Gesetzlage, durch die Entscheidungen, die getroffen werden, Familien zusammenführen. Stell dir mal vor, 2015 ist eine gekommen, ist fünf Jahre hier, muss noch drei Jahre warten, vielleicht schafft er in acht Jahren eine Familie nachholen und die Kinder, die volljährig sind, können die überhaupt vielleicht nicht nachgeholt werden. Deswegen ist es natürlich für viele auch emotional, ich als Analytikerin, Therapeuten sagen, die Menschen, die hier kommen, auch ein Wunder mit sich bringen. Trauma ist nicht nur traumatisiert sein, ein Wunder. Jeder, der seine Heimat nicht freiwillig verlassen hat, einigen, durch Krieg, durch Armut, durch wirklich Wunden, die mit sich gebracht hatten, manchmal diese Wunden werden noch mehr aufgekratzt und werden schwieriger. Daher, wir brauchen die Hilfe von Bund und Land, uns zu helfen, dass diese Menschen wirklich eine Perspektive haben. Dritte Ebene ist eine Atmosphäre, die wir in unserem Land schaffen müssen. Die Geflüchteten, die hier kommen, wir wissen, wir in Frankfurt, wir sind eine reiche Stadt. Wir können uns einiges leisten, aber jeden Tag hören wir im Fernsehen, durch AfD, durch diese Populisten, die Atmosphäre ist sehr schwierig, dass wir auch sehen, die Flüchtlinge sind zu viel, dieses Ressentiment gegen die Menschen, die als Fremde hier kommen und dass wir auch, sage ich Ihnen auch, ich selbst manchmal unheimliche Angst habe, wo leben wir, wie führt das hin, bei euch sind Wahlen. Ich zittere in Frankfurt, wie was euch ausgeht. Und das ist auch eine Ebene, die, glaube ich, uns alle als Menschen, als Demokraten, als freie Kräfte uns veranlasst, solche Debatten führen, wie heute zu sagen, wie gestalten wir unsere Gesellschaft, dass die Menschen einen Platz finden und ich glaube, da sind wir alle gefragt. Weil du ja auch schon angekündigt hast, dass du etwas früher weg willst, würde ich jetzt gleich nochmal eine ganz konkrete Nachfrage an dich stellen. Ich fand es interessant, was du gesagt hast, mit deiner Integrationsbeauftragung, dass es da einen ganz engen Abstimmungs gab. Ich habe das Gefühl, dass viele Ehrenamtliche und wir hatten, glaube ich, ganz kurz oben schon mal gesprochen, viele Ehrenamtliche einfach frustriert sind mit ihrer Hilfe, weil sie nie einen Ansprechpartner bekommen, die auch wirklich helfen kann. Sie wären natürlich auch in den Ämtern von diesem Amt zu jenem Amt zum dritten Amt. Wäre nicht da noch ein Stück Struktur zu schaffen, damit Ehrenamtliche einfach eine verlässliche Person, eine verlässliche Stelle haben, so eine Ombudsstelle haben, wo sie wirklich jede Auskunft bekommen und nicht nur ein Brocken, mit dem sie dann nichts anfangen können. André, das haben wir schon gemacht. Wir haben so eine Stabsstelle eingerichtet, sehr direkt und sehr schnell, dass wir gesagt haben, Stabsstelle hilft, dass die Menschen sich an diese Stabsstelle hinwenden können, dixtiert, das ist auch gut. Es funktioniert, aber ich will sagen, deswegen, weil wir verschiedene Ämter haben, am Schluss, die Menschen müssen zur Arbeitszeit gehen, dann müssen sie die Leute unterstützen in der Ausländerbehörde. Ich weiß nicht, ich schäme mich, wenn ich euch von außen erzähle, die Menschen gehen zwei Uhr Nacht vor der Ausländerbehörde, stehen ganze Nacht, dass am nächsten Tag ihr Aufenthalts für drei Monate verlängert wird. Eine Klientin von mir hat letzte Woche gesagt, das habe ich verpasst, weil das einfach dann nicht mehr dran kam. Und die haben mir gesagt, ich kann nur zehn Tage vorher gehen, ich war dreimal da, jedes Mal haben sie mich heimgeschickt. Und ich glaube, das funktioniert, aber ich würde sagen, dass man viel stärker in verschiedenen Ämtern das macht. Nicht nur zu sagen, jetzt in diese Stabstelle, wenn bei Arbeitsamten die Leute hingehen und sagen, ich möchte gerne eine Ausbildung haben. Wir haben Familie, die wollen ihre Kinder einschulen. Wir haben Frauen, die gerne arbeiten wollen, wo man sagt, oh, aus diesen Ländern, die Frauen wollen nicht arbeiten, die kriegen keinen Kindergartenplatz. Oder wenn wir gucken, diese Information, wann habe ich überhaupt einen Anspruch auf einen Sparkurs? Wann habe ich einen Anspruch auf einen Rechtsanwalt? Wann kann ich wieder Widerspruch verlangen? Ich denke, wenn wir das verteilen können, nicht zu sagen, ich habe ein Zentrum, geht hier hin, sondern die Ämter wirklich freundlicher, bürokratiearmer, weil wir sind verdammt an dieser Bürokratie dran, das bisschen diese Bürokratie runterschrauben können und vielleicht in jedem Amt wirklich auch ein, zwei Leute Ansprechpartner wären, für die Ehrenamtliche, gerade die Menschen helfen, haben wir viel geholfen und ich möchte gerne, vielleicht wirklich am Schluss, insgesamt schauen, was wir schaffen. Ich gehe mit Integration genauso wie Wissenschaft. Ich möchte gerne in fünf Jahren, was habe ich erreicht? Wo habe ich Menschen geholfen? Wo sind sie weitergekommen? Wie sind die Ehrenamtler wirklich nicht immer an die Wand kratzt, sondern dass sie wirklich Unterstützung haben? So gut wie wir sind, ich bin stolz auf meine Stadt und ich finde es toll, wie wir machen, dennoch gibt es natürlich einiges, was wir verbessern können, auch die wir in die Richtung gehen müssen, zu sagen, ein Vorbild, wie du sagst, in Wien, dass wir auch ein Vorbild für andere Städte waren. Wir können von euch lernen, von allen Städten, es ist ja nicht, dass es Frankfurt ist und vielleicht es wäre, sowas zu sagen, ein sicherer Hafen ist nicht noch mehr Flüchtlinge auf, sondern ein sicherer Hafen heißt auch gemeinsam zu gucken, was funktioniert bei euch wunderbar, was funktioniert mal und wir haben Städtepartnerschaften, eine Konferenz, die Städte machen, dass wir zusammenkommen, da ganz herzlichen Dank für heutige Einladung, das hat schon uns mal mindestens vier Städte zusammengebracht. Dann vielen Dank auch an dich. Ich muss mich verabschieden. Ist in Ordnung, du bist auch schon sehr, sehr lange da. Ganz herzlichen Dank. Viel Erfolg und vielen Dank. Ja, dann die letzte in der Runde gehört zu den Organisatorinnen. Die Fraktion Die Linke hat dieses Ganze angeregt heute, weil sie auch Kreativität für die Arbeit nochmal einsammeln will, würde ich sagen. und deshalb jetzt war eine letzte Frage an dich, bevor wir dann auch eine Problemskunde machen. Was nimmst du mit? Was hast du, also wie hat der Tag auf dich gewirkt? Ist das, ist das dabei rausgekommen, was du dir erhofft hast? Ja, also es ist durchaus noch sehr viel mehr dabei herausgekommen, als ich erhofft habe. Fing schon heute Morgen an, die junge Dame von der Rosa-Luxemburg-Stiftung, die uns den Überblick über Europa gegeben hat, hat einige interessante Best-Practice-Beispiele genannt, zum Beispiel die Stadt Zürich, die so etwas Ähnliches hat, wie der in Frankfurt passt, aber noch um politische Möglichkeiten erweitert. Ich finde, das ist etwas, woran wir in Frankfurt in der nächsten Zeit diskutieren werden, zumindest mal meine Fraktion. Dann habe ich gesehen bei der Kollegin aus Italien, dass es auch so im Grunde einfache Dinge, wie das Landwirte, Menschen, die in eine ländliche Gegend jetzt natürlich gekommen sind, da Schulungen machen, damit ihr das erlernen könnt, indem man einfach ein Feld zur Verfügung stellt, mal anfängt und für beide Seiten eine fruchtbare Zusammenarbeit hinbekommt. Also das sind so Dinge, die ich heute im Laufe des Tages mitgenommen habe, die kann man jetzt vielleicht nicht eins zu eins nach Frankfurt übertragen, aber man kann zumindest den Spirit mitnehmen, der da drin steckt. Ganz schrecklich war, was die Kollegin aus Kroatien erzählt hat, das wird mich in Zukunft ein wenig nachsichtiger machen im Umgang mit der eigenen Verwaltung, weil als ich gehört habe, dass da Flüchtlinge im Monat 13 Euro zur Verfügung gestellt bekommen und egal wie groß die Familien sind und in welchem Gesundheitszustand die Kinder, man einen Becher Waschmittel pro Woche bekommt, um die Familienwäsche zu waschen, das hat mich ziemlich schockiert, also wenn in Zukunft hier mal was nicht ganz so glatt geht, werde ich mir das vielleicht vorstellen und werde ein bisschen geduldiger sein. Und der interessanteste Moment auch hat der Kollege aus Wien mir vermittelt, diese Idee der Europäischen Kommune trifft genau das, an dem ich auch schon lange herumdenke und auch schon mit Leuten diskutiere, dass meiner Ansicht nach das moderne Europa der Zukunft vor allem ein Europa der Kommunen wird, weil in der Kommune, ich habe viele von Ihnen haben es gehört, die heute Mittag schon da waren, die Kommune ist ein überschaubarer Raum, hier kann der Flüchtling, die Flüchtlingin wirklich zum Nachbarn, zur Nachbarin werden, weil man sich kennenlernen kann, weil die Größenverhältnisse überschaubar sind. Das fällt natürlich auf Landes- und Bundesebene sehr viel schwerer, weil da einfach diese Möglichkeiten der direkten Begegnung nicht gegeben sind. Also ich nehme ganz viele Dinge mit. Ich denke auch, dass wir in Frankfurt, läuft vieles gut bei uns, ist vieles aber auch noch optimierbar, zum Beispiel Frau Eskandari-Grünberg hat es gerade gesagt, die Zustände im Ordnungsamt auf der Ausländerbehörde, das geht gar nicht. Du hast dankenswerterweise angesprochen, meinen Kampf um eine einfache Übernachtungsmöglichkeit für Wanderarbeiter, ich nenne die immer Boardinghaus, damit so eine Einrichtung mal ein bisschen einen besseren Begriff bekommt, als nur immer Obdachlosenasyl oder irgend so was, aber es ist natürlich eine einfache Übernachtung, wo die sich anmelden könnten, waschen, kochen, die wichtigsten Dinge zum Leben da haben können und sie hätten eine Meldeadresse, wären deshalb auch nicht mehr so leicht ausbeutbar. Also alle diese Dinge, finde ich, das betrifft nicht direkt Flüchtlinge, aber wer von zu Hause weggeht, weil er da seine Familie nicht ernähren kann, fällt ja auch irgendwie in die Kategorie. Ich fürchte nur, ich habe es den ganzen Tag nicht gemacht, jetzt muss ich doch mal ein kleines bisschen parteipolitisch werden, solange wir in Frankfurt noch so eine CDU-Beteiligung in der Regierung haben, kriegen wir so progressive Dinge nicht hin. Deshalb finde ich es auch gut, dass wir heute hier so zusammengesessen haben, um vielleicht mal Schnittmengen auszuloten, wer in Zukunft zusammenarbeiten kann, um gerade in der Integrationsfrage vielleicht ein bisschen mehr hinzubekommen, ein bisschen was Moderneres hinzubekommen, als wir es jetzt haben. Vielen Dank. Also das heißt ja, dass die Veranstaltung heute für dich schon mal das gebracht hat, was du auch erwartet hast. Ich glaube in der Tat, dass die progressiven Parteien auf der linken Seite dieser Gesellschaft vorangehen müssen. Ich glaube, wir warten umsonst, wenn wir da nach Mitte rechts gucken. Du wolltest noch mal, ich würde jetzt auch sagen, wenn ihr alle noch mal gegenfragen oder gegen was sagen wollt, meldet euch einfach bei mir, sonst würde ich nach Omar noch mal das Publikum mit einbeziehen. Also ich möchte drei noch Gedanken hinzufügen. Der eine Gedanke ist, ich habe erwähnt, auch vorhin, dass Wien eine wachsende Stadt ist oder so. Es gibt immer Herausforderungen, Städte, die wachsen. Da muss sich alles Mögliche erfüllen, Wohnraum und so weiter und soziale Infrastruktur. Was viele auch sehr vergessen, die Herausforderung, auch wenn Kommunalpolitik eine wachsende Stadt, ist viel angenehmer und schöner als die Herausforderung einer schrumpfenden Stadt. Wirklich. Und ich weiß nicht, Leipzig oder Dresden, wo man dann, ich weiß nicht, wie viele hunderte Wohnungen gesprengt oder dann demoliert hat, weil man nicht mehr wusste, was man mit mir tun. Es gibt auch Dörfer und kleine Städte in Österreich, wo die Schule nicht mehr erhaltbar ist und für die war das oft ein Segen, wenn dann eine Familie oder eine Flüchtlingsfamilie hinzugekommen ist. Das denke ich unter Innovation. Zweiter Gedanke zu diesen europäischen Geschichte und dass die Europäische Union eine andere Säule, was mir immer schon als eine Utopie hinzu, immer in meinen Kopf gekommen ist, es gibt ja immer wieder die Situation, Tatjana hat das heute erzählt, mit dem irakischen Kind, der abgeschoben wurde nach Kroatien. Es gibt immer wieder, ich weiß wahrscheinlich in Deutschland auch, wo plötzlich eine voll integrierte Familie in ein Dorf, in ein Kaff, in eine Stadt, wo immer, wo dann Mahnwachen stattfindet, wo die Kirche und der Bürgermeister und alle stehen dort und wollen es haben und dann kommt die Polizei und sagt, es tut uns leid. Ja, das kennen wir sehr gut. Eine Behörde hat das beschlossen. Warum ist es nicht möglich, über einen zusätzlichen Möglichkeit nachzudenken, dass Kommunen auch eine Art Recht bekommen oder der Bürgermeister dort Recht hat, einen humanitären Verbleib zu entscheiden. Wenn eine Kommune und die Kirche und dort der Dorf und ich weiß nicht, die Feuerwehr und alle möglichen sagen, die gehören zu uns und die wollen wir haben, dann sage ich einfach tausend Rosen, dann habt ihr es und die Sache ist erledigt. Also so wie es immer wieder diese Art Kirchenasyl gegeben hat, also auch da sollten wir nachdenken, ob nicht eine Kommune, ein Bürgermeister wie immer auch entscheiden kann und zu sagen, wir wollen das haben. Und drittens ist einfach, am Ende ist es eine Frage der Solidarität. Wir alle Menschen in der Welt würden ohne Solidarität nie überleben. Nicht als Kind, nicht wir alle nicht. Also wenn wir jetzt alle jetzt allein kämpfen müssten, sterben wir alle. Aber wenn wir auch diese ehrliche Solidarität, dann muss man auch die Heuchelei auch einmal wechseln. Ich kann mich in Österreich wahnsinnig angefressen und enttäuscht, dass als die große Welle kam, dass die ganze Europäer Deutschland, Österreich und Schweden in den Stich gelassen hat und niemand wollte jemanden übernehmen. Aber wir müssen auch ehrlich sagen, bevor die Welle war und Lampedusa allein gestanden ist, haben wir auch keine Solidarität und hat auch jeder österreichische Politiker weggeschaut und gesagt, die sollen fertig werden mit dieser Geschichte. Also wir fordern immer die Solidarität, wenn wir selber betroffen sind und sagen, wieso hilft uns keiner, sollen wir uns auch ehrlich miteinander reden, als es anderen betroffen hat. Wer hat da weggeschaut? Heute mit dieser Geschichte mit den Schiffen ist Spanien und vielleicht Malta die Einzigen die noch irgendwie helfen in Italien, aber wo ist der Rest der Welt? Also das ist wirklich schön. Ja, Zustimmung. Übrigens gibt es, gibt es, wir haben in Hessen eine Härtefallkommission, ich weiß nicht, ob es bei euch so etwas gibt. Auf der Landesebene gibt es eine Härtefallkommission, da kann eine Kommission entscheiden aus humanitären Gründen, dass ein Geflüchteter da bleiben kann. Aber die Voraussetzungen für den humanitären Grund sind wieder, er muss seinen Lebensunterhalt sichern, braucht eine Wohnung und so weiter. Also das ist schon ein Stück eine Farce, das muss man einfach dazu sagen. Genau, weil das das Innenministerium entscheidet in Hessen und wir wissen ja, wie das zusammengesetzt ist. So, ich habe jetzt noch eine Wortmeldung von Tatjana, da sehe ich keine, dann würde ich das Publikum noch aufruhen. Tatjana zuerst. Ich hatte nur einen Kommentar über Institutionen, weil, wie unser Kollege von Frankfurt hat gesagt, sie haben einen Stadtkommiss, der ist fragmented und es dauert lange Zeit, dass nichts zu passieren. Und in Kroatien haben wir eine Situation, wo man mehrere Institutionen haben, wie sie, die Ministry von Bildung haben, und Sie haben Leute innerhalb der Ministry whose nur purpose ist, zu helfen Kindern in der Schule. Und sie haben keine Ahnung, was sie machen. Wenn Sie die Koordinator für diese Dinge, dann sollte man wissen, Sie haben ein Kind, sie haben ihn in der Schule. Aber wir haben, wir haben, sechs Monate auf der Telefon mit jemanden arbeiten, und er fragt uns, können Sie das Protokoll wieder mich wieder sagen? So, Sie wissen, es ist eine komplette Lack von Willen und Verständnis und, ich meine, die Willen, die alle die Regeln die wir haben, weil wir keine schlechte Regeln haben, aber die Menschen, die sie regeln sollten, sind nicht wirklich. Sie wollte noch einmal hinzufügen, da es ja um Institutionen ging. Wie vorhin erwähnt wurde, können wir das auch hier in Frankfurt beobachten, dass sehr viele kleine Behörden für sehr viele verschiedene Dinge zuständig sind und dort eine Art Streuung stattfindet. Und dasselbe findet auch in Kroatien statt, dass es sehr viele verschiedene Institutionen gibt, die genauso zerstreut und für genauso wenige kleine Dinge zuständig sind und die wissen oft gar nicht, was sie tun sollten. Sie hat zum Beispiel die Behörde für Schule für Bildung angesprochen und dort gab es den Fall, dass der einzige Job, den die Menschen dort haben, ist, die Kinder an einer Schule anzumelden und ihnen Bildung zu verschaffen, aber ganz oft wissen sie gar nicht, wie sie das tun sollen oder was sie machen sollen. Und dann gibt es Kinder, die fast sechs Monate darauf warten, in eine Schule angemeldet zu werden. Aber die MitarbeiterInnen in den Behörden wollen fast schon gar nicht kooperieren und mithelfen. Sie hat erwähnt, dass es gar nicht wirklich um fehlende Solidaritätsgesetze oder so in Kroatien geht, sondern dass es um fehlende Kooperationen von MitarbeiterInnen in den Behörden geht. Ja, das Problem kennen wir allerdings hier auch. Es ist schon so, dass Gesetze, darf ich mich mal einmischen hier, so als Moderatorin, dass Gesetze natürlich immer auch Spielräume in der Verwaltung haben. Und dann gibt es eben Menschen, die diese Spielräume ausnutzen und dann gibt es Menschen, die diese Spielräume eben überhaupt nicht zur Kenntnis nehmen. Und das hängt natürlich auch immer von den jeweiligen Regierungen ab. Da müssen wir uns nichts vormachen. Aber deshalb ist uns das nicht unbekannt und ich, also aus meiner Erfahrung sage ich mal, sind in den letzten vier Jahren werden die Spielräume immer weniger genutzt. Das muss man einfach sagen, auch hier bei uns. So, wer würde Publikum? Gibt es Fragen? Gibt es noch Anmerkungen? Was mir auffällt, ist, dass die außerparteilichen, außerparlamentarischen Bewegungen, die ja Solidarity Cities oder auch jetzt letzte Woche die spektakuläre Aktion in Frankfurt, dass das weder auf dem Podium repräsentiert ist, noch Erwähnung findet. Und das, denke ich, ist ein bisschen eng in den ganzen Parteienregeln gedacht, denn die Innovationen und die Fortschritte in diesen Fragen sind die letzten Jahre immer außerparlamentarisch und außerparteilich initiiert worden. Da gebe ich Ihnen total recht, dass die Bewegung und der Druck von der Straße erst Veränderungen möglich machen. Aber wir haben zwei Diskutantinnen hier aus den Bewegungen und ich würde mal behaupten, wenn ich mir die anderen angucke, inklusive mir, sind wir nie nur Partei, sondern wir sind auch Bewegung. Und ich glaube, das ist das, was man auch braucht, weil es braucht dieses Scharnier auch. Dieter. Ich will hier nochmal kurz an dem ansetzen, was der Omar Al-Rawin gesagt hat zu der Frage, wenn denn die Kirchenmitglieder im Dorf wollen, dass die Familie da bleibt. Da gibt es ja auch eine sehr schöne Sache. Der amtierende bayerische Ministerpräsident hat ja gesagt, die Menschen müssen abgeschoben werden, sobald sie die Möglichkeit haben, bevor sie in den Kirchenchor gehen. Weil dann werden wir sie nicht mehr los. Ja, das gilt nicht für alles und immer und so, finde ich aber insofern interessant, weil es ja genau diesen Punkt ausmacht. Wir haben vorhin schon mal darüber gesprochen und es ist eben auch nochmal erwähnt worden, sobald es möglich ist, die Menschen aus dieser Sondersituation geflüchtet herauszubringen, in die aufnehmende, ob gutwillig, nicht so gutwillig, begeistert oder weniger begeistert, aber formal aufnehmende Bevölkerung und Gesellschaft, wenn man es da möglich macht, Begegnungen zu organisieren, dann erreicht man, glaube ich, mindestens so viel wie die dritte Versammlung dieser Art, die auch nützlich ist, sonst hätten wir sie nicht gemacht, aber sich natürlich interessanterweise an einen bestimmten engagierten Teil der Bevölkerung wendet. Aber auch da nochmal anknüpfen, auch da entsteht meiner Meinung nach eine Grundlage für Solidarität in der Begegnung, in der Feststellung, aha, sagt das immer jetzt, ist banal, vielleicht auch pathetisch, das ist ein Mitmensch und um den lohnt es sich auch, sich zu kümmern, der ist nett und der hat Kinder, die nett sind und wenn man da was unterstützt, dann wird da was draus. Zur Frage, war ja auch ein bisschen an uns gerichtet als Mitorganisatoren, gesellschaftliche Bewegung, ja, bin ich immer der Meinung, haben eine Bedeutung, aber im Moment haben wir die Situation, dass die sehr große Bewegung aus dem Jahre 2015, die immerhin eine Kanzlerin dazu veranlasst hat, zu sagen, wir schaffen das, mittlerweile nicht mehr diese gesellschaftliche Relevanz hat und dann, ob mir das gefällt oder nicht, als, naja, früher mal revolutionär, heute nur noch Sozialist, muss ich mit dieser Realität umgehen, dass wenn ich nicht die Gesellschaft mit einbeziehe, in diese Auseinandersetzung, sondern mich eher darauf zurückziehe, dass es Menschen gibt, die Recht haben, die sich stark engagieren, die diese internationale Solidarität und was auch alles, Klassenbrüderschaft und so weiter, richtigerweise einfordern, sie sich aber in einem sehr engen Segment der Gesellschaft bewegen, da soll man sich auch für Frankfurt nichts vormachen, dann bin ich irgendwann darauf angewiesen, dass ich in Wahlen Mehrheiten hinbekomme, die das Richtige tun und nicht das Falsche. Von daher brauche ich sehr stark den Kontakt zum Normalbürger und zur Normalbürgerin, so wichtig auch das Engagement ist. Gut, ich habe hier auf dem Podium jetzt keine Wortmeldung mehr und aus dem Publikum auch nicht. Ja, bitte. Ich gebe dir völlig recht und das war auch das Schwierige zu organisieren bei uns in Altenburg. Ich habe das schon mal heute gesagt, wir hatten vor der Situation 2015 1,4 Prozent Menschen mit Migrationshintergrund. Da ist aber auch der Grieche und der Italiener dabei gewesen, zu denen wir essen gegangen sind. Und da kann man eben schlecht Begegnungen organisieren, weil gar keine Menschen da sind. Und dann kam die, ich sage mal, mit so einer Größenordnung, dass wir als Verwaltungen überhaupt nicht hinterherkamen, das gut vorzubereiten, dass man mit Hausgemeinschaften sprechen konnte oder, oder, oder. Ich habe allein 25 Einwohnerversammlungen in kurzer Zeit auch auf kleineren Dörfern gemacht, überall, wo man uns hat hineingeladen. Dort kamen aber zum Teil ja gar keine Geflüchteten dann hin, einfach um die Angst zu nehmen. Die Angst, die ersten Flüchtlinge, die zu uns kamen, die waren auch alles junge Männer. Hübsche, schöne junge Männer, aber keiner konnte sich miteinander verständigen. Die haben den Kopf geschüttelt über uns Deutsche, dass wir Mülltrennung, also aus den Ländern, wo die kamen, die Deutschen Mülltrennung und so. Und das gemeinsam zu organisieren und diese Begegnungen zu schaffen und dann auch zu initiieren, dass Familien kommen können. Das habe ich im Landratsamt dadurch gemacht, dass ich irgendwo mal dann, dort, wo die sich dann treffen mussten und gewartet haben, bis sie quasi von der Verwaltung dann die entsprechenden Unterlagen bis hin zum Wohnungsschlüssel erhalten haben. Da habe ich dann Plüschtüre hingesetzt und irgendwelche Ausmalbücher und irgend sowas. Wenn sich da mal ein Kind mit rein verirrt hat in den Bus nach Altenburg, dass sich das in der Community weitersprach, dass beim nächsten Mal ein paar mehr Familien da waren. Weil wie ging es denn in der Erstaufnahme auf der Messe in Erfurt zu? Da wurde gesagt, im Bus fährt nach Altenburg, die sollen sich mal alle da reinsetzen. Aber keiner kannte ja logischerweise Altenburg. Es hat ja auch keiner gesagt, das ist in der Nähe von Leipzig und da fährt sogar eine S-Bahn hin. Und da sind die Mieten ganz billig und da freuen sich die Leute auf euch. Das kam ja nicht vor. Also musste man irgendwie sozusagen mit Tricks die Menschen dazu bringen, dass sie erstmal sozusagen Altenburg in einer positiven Erinnerung behielten. Und dann waren die in unserem schönen Landratsamt. Das ist wunderschön. Ich muss jetzt mal sagen, ihr müsst mal nach Mitteldeutschland fahren. Und dann haben die natürliche Selfies gemacht in diesem wunderschönen Bau und haben das dann zu ihrer Community möglicherweise in der Messe Erfurt gesendet. Und so kamen dann auch Familien zu uns. Und da wurde es dann schon sehr viel einfacher, weil wir ja wie gesagt auch kleine Schulen auf dem Land haben, die alle ums Überleben kämpfen. Und dazu sagen, also das sind Familien und die kommen zum Beispiel aus Syrien. Wir hatten das Glück, dass sehr viele syrische Familien dabei waren, die auch großen Wert auf die Bildung ihrer Kinder legten und legen. Und wir haben sehr viele Ausbildungsplätze, die nicht mehr besetzt werden können. Und wir haben ganz preiswerte Mieten. 6,50 Euro ist da schon eins der höchsten Mieten, die wir derzeit verlangen mit Kaltmiete. Da kann ich nur sagen, Leute, kommt zu uns. Das ist in der Nähe von Leipzig, dieser Boomtown-Stadt. Eine Stunde fährt man da. Von der einen Ecke von Berlin zur anderen fährt man auch nur eine Stunde. Und wir setzen uns in die S-Bahn von Altenburg und sind in einer Dreiviertelstunde mitten auf den Markt in Leipzig. Und Leipzig weiß nicht, wie sie es organisiert kriegen. Die haben eine Woche angestanden im Kindergartenplatz, weil sie es gar nicht alles organisiert kriegen. Es ist diese Überhitzung dieser großen Städte. Wir können da eine Weile abfedern. Aber wir müssen natürlich auch die Bereitschaft entwickeln, das tun zu wollen. Und die Bevölkerung natürlich mitnehmen und zu sagen, keine Angst, das ist eine Chance. Und das habe ich wirklich eine Zeit lang mit sehr vielen Ehrenamtlichen und meiner Migrationsbeauftragten auch getan. Und mittlerweile haben wir so ein Ergebnis, dass Ruhe in der Stadt ist. Dass wir auch hoffen können, dass diese Regierung, möglicherweise bekannt, Rot-Rot-Grün regiert, in Thüringen tatsächlich auch diese Regierung fortsetzen werden kann. Hoffentlich. Bodo Ramelow ist der beliebteste Ministerpräsident im Osten in Deutschland und der regiert ganz pragmatisch. Er hat nicht die Revolution ausgerufen oder irgendwas. Das Bananen kann man auch immer noch kaufen, was uns alles unterstellt wurde vor fünf Jahren. Und ich fordere einfach auf, drückt uns die Daumen, dass es im Osten nicht blau wird, sondern dass wir zum Beispiel in Thüringen diese Regierung auch fortsetzen dürfen. Vielen, vielen Dank. Also mit dieser Werbung kann es passieren, dass du dann auch Migranten aus Frankfurt zu diesen Mietpreisen nach Altenburg kommst. Ja, gar nicht so abwegig. Ja, es klingt erstmal sehr verführerisch. Ich will mich ganz, ganz herzlich bedanken bei den Mitdiskutantinnen hier auf dem Podium, dass sie auch die lange Reise angetreten haben. Vielen, vielen Dank. Vielen Dank an Dominique und Dieter für die Organisation dieser Veranstaltung. Ich glaube, wir haben alle was gelernt, was wir mitnehmen können und Dominique hat es ja ausgeführt. Vielen Dank, dass Sie da waren. Ich wünsche Ihnen noch schönen Abend auf... Auch für Österreich drückt uns die Daumen. Ja, wir müssen auch Österreich die Daumen drücken, allerdings. Italien auch. Und Italien, ja. In der Tat. Wir müssen ganz fest über all die Daumen drücken, dass diese nächsten Wahlen nicht dahin führen, wo wir alle nicht hinwollen. Schönen Abend an euch. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.